Aplus-Lehrgang erfolgreich absolviert Zwei Trainer des Werder Leistungszentrum haben ihre Trainerweiterbildung erfolgreich abgeschlossen. Sowohl Cedric Macchiadi, U19, als auch Markus Fieler, U16, beendeten die zwölfmonatige Ausbildung mit dem Erwerb der Aplus-Lizenz. In der vergangenen Woche wurden sie dafür geehrt. Bestellphase für ersten Pokalrunde gegen Viktoria Köln gestartet In der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert der SV Werder bei Viktoria Köln. Die Samstagsparty, 12. August 2023, wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Ab jetzt können alle Werder-Fans Tickets für das erste Pflichtspiel der Saison bestellen. Pokalsieger und Meister, Ehrenmitglied Helmut Schimecek wird 85. Sieben Fußballer holten 1961 mit dem SV Werder Bremen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal an die Weser und gehörten auch 1965 zur Mannschaft, die den deutschen Meistertitel gewann. Einer von ihnen ist Helmut Schimecek. Nun feiert der gebürtige Berliner seinen 85. Geburtstag. Auf die Erholung folgt Vorfreude. Normalerweise stößt Milos Veljkovic in der Sommervorbereitung erst mit leichter Verspätung zur Mannschaft dazu. Aufgrund von Wadenproblemen sagte Veljkovic in diesem Jahr die Länderspiele im Juni ab. Ich habe in der Zeit gut abschalten und mich erholen können, sagt der Innenverteidiger über seine spielfreie Zeit. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht. Werder testet gegen Toulouse und Racing Straßburg Im Vorbereitungsplan der Bundesligamannschaft kommen zwei weitere Termine hinzu. Im Zillertal werden die Grün-Weißen am Samstag, 22. Juli 2023, gegen den FC Toulouse antreten. Zudem wird Werder am Samstag, 5. August 2023, gleich zwei Testspiele gegen den Erstligisten Racing Straßburg absolvieren.